Jasmin, du brauchst dich? Du brauchst keine Angst zu haben. Hab einen schönen Tag. Guten Morgen. Wir haben eine neue Schülerin. Kannst du dich bitte vorstellen? Ich heiße Jasmin, komme aus Saudi-Arabien und bin 17 Jahre alt. Danke, Jasmin. Wir fangen an. Wollen wir uns zu Jasmin sitzen? Ja. Ja. Hallo, Jasmin. Hallo. Willst du mit uns mit den Gästen? Ja, gerne. Sprit? Gut. Danke. Treffen wir und sollte haben? Klar, wir gehen ins Kino. Kommst du mit? Ja, vielleicht. Ist es normal, dass ihr euch hier so anzieht? Ist das nicht verboten? Nein, hier ist es nochmal, sich so anzusehen. Ja, schau mal, dass Menschen da. So, wir müssen gehen. Ja. Na, hier ist es. Ja, da, sie sind. Ja. Ja. Meine Frau. Das ist typisch. Das steht hier. Und das auch. Meinst du wirklich? Ja, aber du musst das abnehmen. Du bist hübsch. Okay. 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 Okay.